Schaffen wir Easy Ausweichmanöver Komm her Vollfeuten, das machen wir mal eben schnell Seine Hockposition sah sehr interessant aus Wir müssen ihm wieder hoch Ach guck mal Ha, wie auf Anruf oder Abruf kam hier schon eine Erhöhung Blausgebiet Komisches Feld hier Wir fangen ja alle an zu singen Lagerfeuer entdeckt Sehr schön Belohnungslager öffnen Gut, wir brauchen erstmal sowieso nichts Wir haben so viel Das ist der Wahnsinn Chicken Wir haben Federn bekommen Da ist ein Öhr Wir müssen nach da Wir lassen mal kurz den Bären arbeiten Der macht uns schon mal seine Arbeit Wir können in der Zeit mal easy drumherum sneaken 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 und Anrufen strechen WTF Was ist das? Was? Was ist das für ein Viech, Mann? Halt die Schnauze Noch einer von denen Was? Die müssen wir irgendwie down kriegen Zieh das Viech mal rein Alter, den will ich jetzt unbedingt haben Den will ich so unbedingt haben, Mann Nein Alter, was für ein Viech, Digga Was ist das für ein Viech? Alter, wtf Alter, wtf Boah! Hahaha! Du sie! Scheiße! Was war das? Die hätte ich am liebsten gezämmt, die Viecher! So fett wie sie sind! Alter, die machen alles fertig! Hohohoho! Hast du fein gemacht, Digga! Hast du richtig fein gemacht! Jetzt können wir den ganzen Scheiß-Wegen wieder zurücklaufen! Hahaha! Alter! Was war das? Was? Was ist das jetzt eigentlich hier unten? Ein Speer! Easy! Komischer Ort! Mit dem Ort habe ich jetzt irgendwie nichts anfangen! Kann ich nichts anfangen, ich weiß auch nicht! So! Noch eine andere Sorte! Ah, wir sind wieder da! Wasser! So, von den Elchen brauchen wir jetzt keine mehr! Das, das, das war einfach gerade viel zu krank, Alter! Dieser riesen Elch, der da stand! Da, da, da! Aber gut! Perfekt! Schnapp ihn dir! Ja! WTF! WTF! Is that?! What?! Was?! Willst du mich verarschen oder was?! Was war das?! Was war das?! Alter, was?! WTF?! 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 Aber sowas von! WTF?! Warte mal! WTF?! Ich... Bin mir nicht ganz sicher! Aber vielleicht... Okay, ich brauche so einen Höhlenbär, Digga! Aber so einen richtig fetten Höhlenbär! Demo von da kommt er her! Ja, du Kleiner! Komm mal her, ja, komm mal her! Ja, Hallöchen! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ich brauche jetzt all deine Kraft, deine Kraft, okay? All deine Kraft! Komm mal mit! Ich habe eine super Aufgabe für dich! Schnapp mir den mal! Schnapp mir den mal! Nein! Willst du mich verarschen?! Willst du mich verarschen?! Oh was?! Was?! Ich habe das Menü aufgerufen! Und plötzlich warte ich darauf, dass das Menü aufgerufen wird! Alter! Alter! Was zum Fick?! Alter, was ist mit denen, Mann?! Das ist mit denen! Mal sehen! Ich will mich aufgerufen! Ich muss aufgerufen und entgegen. Ich muss keine Verwaltung sein! Kann ich einen Schraub finden! Ich muss mich nicht überlassen! warten wir damit erst mal und wir verpissen uns jetzt erstmal nach außen. Filter Hauptmission und einmal... Nein, ich will keinen Schnellreißer hin machen. Ich möchte das so machen. Ganz chillig zu Fuß. 2300 Schritte, jawoll. Ich muss jetzt ganz kurz mal bei den Bestien gucken. Er ist nämlich auch tot. Ich höre mir trotzdem ihn. Er kommt ja schon von hinten. Kann ich eigentlich auf die Reihe? Nee, kann ich noch nicht. Schade, dass es mir interessant ist, was zu machen. Keine Sorge, ich habe es jetzt auf niemanden abgesehen. Ich will einfach mal schnell nach Hause kommen. Huiiii. Keine Sorge, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du schade? Bitte 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 bitte, bitte bitte. Nimm meinen Dachs, Mann! Hehehehe! Hei, die verfickte Scheiße, ja, ja. Das sieht schon besser aus. Besser als das komische, angussdustige Viech, was ich hatte. Alter, ich hab draufgeschlagen, Mann. Angriff! Dann nicht. Ich komm ja eh trotzdem wieder zurück. Mit ihm weiß ich mittlerweile ja, wie man kämpfen muss. Heilige, verfickte Scheiße. So! Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh, blau Blatt. Oh, blau Blatt. Oh, blau Blatt. Aber den Daumen richten und schon ist man gesund. Yo, Alter. Ich muss erst mal meinen Viech zu brennen. Was ist der mit dir, Alter? Ähm. Ich nehm erstmal meinen Löwen, um die Keule anzuzünden. Willst du mich verarschen? Alter, geht's dir gut. Er frisst sich erstmal gesund. Easy. Ich geh in der Zeit schon mal ein bisschen weiter. Oh, die nächste Scheiße kommt. Das war so klar. Nein. Was müssen wir machen? Oh, das sind... Verteidigung. Das war jetzt aber wirklich... Das sind mir glaube ich richtig kleine Missionen nur noch. Ja, da verteidigt. Das ist alles so... so klein gehalten, glaube ich. Der down. Da war nur noch einer. Ja, Schnauze. Kopf, Kopf, Schuss. Oh, nicht Zopf, Schuss, Schuss, Schuss. Hau, 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 Hau. Hau, Hau, Hau. Arsch. Wegen ihm ist meine Zeit pflücken gegangen, weißt du? Doch. Geht ja gar nicht. Da kommt mein Fuß. Das braucht mittlerweile so lange. Was ist denn los? Naja, wir machen jetzt erstmal einen Ausflug nach Hause. Erstmal zurück. Wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Das macht gar nichts. Da rennen wir einmal kurz schnell durch. Ja, wir haben jetzt schon fast die Hälfte geschafft. So. 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 Wir werden uns trotzdem irgendwann noch hier oben hin begeben. Denn da gibt es, zeig ich euch einmal nochmal, bei der Jagd hier den Höhlenbeeren. Und wenn wir den haben, dann haben wir erstmal einen richtig geilen Jackpot dazu. Außenposten. Außenposten. Außenposten sind feindliche Lage, die von feindlichen Stämmen kontrolliert werden. Und dann beobere sie alle, um Oros zu einem sicheren Printwort für die Avenger zu machen. Gut. Äh, nach der Wohnung einfach aus dem Park, der Rohstoffe. Alles klar. Dann gebe ich erstmal kurz hier hoch. Ich meine, hier wäre ich schon mal gewesen. Erstmal Bogen und Pfeil. Oder Pfeil und Bogen, wie man es ja immer besser sagt. Ist ein bisschen laut geworden hier. Einmal kurz alle abchecken. Ich liebe diese Zeichen. 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 Ich würde mal sagen, das war der Letzte. Und da kommt schon unsere Eule angebüßt. Die Freiheits-Eule. Die sagt uns jetzt natürlich erstmal, dass wir einen von 15 beansprucht haben. Wir haben also noch einige vor uns. Boah, das... Ich weiß nicht, sowas... Ist das Geilste, was ich bei Verkäufen mag. Also ich finde die Story und so teilweise auch. Teilweise. Finde ich. Ach das... Ach so, hier sind Tiere. So. Genau. Ich will da trotzdem mal dran. Dankeschön. Ich bin ja auch dran. Ich bin ja auch dran. Da muss ich einfach außen rumlatschen. Nein, ich finde bei Fucktry bei der Reihe... Ich finde die Story... Vor allem bei dem dritten Teil. Das sagt ja jeder. Das ist aber auch wirklich so. Äh... Ist der dritte Teil einfach der geilste Teil von allen. Story-mäßig. Ähm... Ich habe ja schon so ein bisschen... Da willst du mich facken. Oh, Fuck. Okay. Alles klar. Kamera wechseln. Einmal kurz wieder oberst switchen. Ich... Weiß nicht, warum der jetzt zurückgegangen ist. So. Ähm... Da gab es gerade mal einen kurzen Cut, da ich rausgekommen bin. Okay. Oh, Ziege können wir heute. Perfekt. Äh, nee. Zurück zum Teilen. Also der dritte Teil finde ich immer noch der absolut beste. Story-Line-mäßig. Und, äh... Das ganze Spiel erlebt. Das ist super. Wenn ihr den dritten Teil mal sehen wollt. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich davon auch ein Let's Play machen. Das würde ich dann vielleicht hier nachfolgt machen. Ich muss mal gucken. Äh... Sonst habe ich nämlich derzeit was anderes geplant. Das gab es letztens mal. Im Angebot... Habe ich mir einfach mal geholt. Und, äh... Das wäre dann so der nächste Teil, den ich machen würde. Es sind bei mir halt immer so ein paar ältere Schleifte. Spiele dabei. Also nicht mehr die neuesten Ableger von irgendwas. Sondern wirklich die etwas ältere Modelle. Ist leider bei mir so geldlich gesehen. Kann ich mir halt jetzt nicht immer das Top-Spiel holen. Für 60 Euro. Was dann immer so super ist. Äh... Ich nimm bei mir erst ein Ohr ab und dann... Dann alles ist gut. Oder wie. Mal hauen sie ab. Das ist nur ein Außenpost. Den können wir auch nicht mit dem. Wenn ich hier hoch... Komm mal, wie gehöp. Wir werden mal am besten da rauf gelaufen. So. Einmal hier rum. Hier hoch. Den Weg entlang. Ähm... Und... Äh... Das ist bei mir... Äh... Ja. Also dieser Teil ist bisher... Dieser Teil ist bisher eigentlich immer, ähm... Sehr, sehr, sehr... Flach. Das waren sie schon? Das waren drei Leute? Wollt ihr mich verarschen? Drei Leute? Nur was? Das war ernst. Da war es denn bitte drei... Drei Leute? Die mich... Die mich flachsen oder was? So. Und damit haben wir einen Außenposten. Ein Leuchtfeuer erhobert. Drei von 16 haben wir beansprucht. Das ist gleich... Alles die gleichen Bilder? Also betreffend jetzt Leuchtfeuer und Außenposten? Mal schauen. Ähm... Orte... Richtige Wahrzeichen? Ah, ne, doch nicht. Das ist ein Außenposten oder... Okay, alles klar. Da sind wir schon? Okay, wir haben einige zu erobern. Hier geht es ja auch noch weiter. Aber wir sind schon fast da, wie man sieht. Wir waren ja hier in dem Gebiet, aber wir haben... Oh, nicht was an Strecke zurückgelegt. Äh, ne. Und die haben die Charaktere halt noch nicht so die Tiefe. So, man weiß... Man weiß halt immer noch nicht, woher komme ich jetzt. Uah. 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 Das wäre fast schiefgegangen. Äh, ne. Ich weiß ja immer noch nicht, woher ich komme, wer ich überhaupt jetzt direkt bin. Ich weiß halt nur, dass ich bei einer Mammutjagd... Äh, alle Kollegen verloren habe. Und wie ich übrig geblieben bin. Hier ist schon wieder das Zeichen. Schon wieder. Das ist so alles, was ich bisher weiß. Und jetzt bin ich halt ausgekoren dazu, ein neues Dorf zu... What the fuck? Dorf zu gründen? Willst du mit spielen? Willst du mit spielen? Jeder darf einnehmen. Das war ja auch mehr Überraschungskill hier als alles andere. Ah, er frisst sich erst mal ein bisschen voll. So, da können wir noch hin. Und, äh, naja, es ist... Ich finde aber auch, es gehört so zum Spiel. Also, ich muss jetzt nicht wissen, woher direkt ich komme. Ich will auch die Charaktere nicht näher kennenlernen. Weil, äh, wir können jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt, äh... Peter mit seiner Frau... Liese sonst was. Äh, 15 Kinder. Die Frau ist immer noch dreimal schwanger oder so. Ich hab keine Ahnung. Ähm, das ist... Das funktioniert ja hier nicht in dieser, ich sag mal, Kulturebene, wo wir derzeit sind. Wir sind ja jetzt, äh, nicht in einer hohen modernen Welt, wo man, wo man sagen kann, Ja, hör, der verdient jetzt so und so viel im Monat und hast du nicht gesehen. Wir müssen hier noch alles, ich sag mal, handgemacht, aber wirklich handgemacht machen. Alles selber machen. Und, äh, das ist, äh, das ist, äh, was ich sage da, da kann man jetzt nicht, ähm, hingreifen und sagen, Das hat jetzt so und so eine Tiefe. Das funktioniert irgendwie in dem Spiel nicht. Ganz anders jetzt wie beispielsweise, äh, da kennt man die, da weiß man die Geschichte von den, den Leuten, ja, um Jason, ne, und seine Kumpanien, seine Kollegen, sein Bruder. Und, äh, kennt man die Story dann. Da weiß man, das ist Jason, das ist sein Bruder mit seinen Freunden und warum sind die da und das weiß man ja jetzt alles. Wir sind auch schon fast da, merke ich gerade. Und, äh, das, finde ich, kann man hier nicht so gut machen. Äh, hallo? Ich habe nach unten gedrückt. Ah, nee, ich dachte, ah, sorry, nach oben. Ah, okay, alles klar. Ich dachte gerade, das ganze Spiel macht mich jetzt kaputt. Aber sonst ist es, es ist wieder das typische Far Cry Element. Was geht ab? Du grunst mich nicht an. Äh, es ist das typische Far Cry Element, was jetzt derzeit hier so vorhanden ist in dem Spiel. Guck mal. Ach, hier, hier ist es ja nicht so tief. Ich dachte, guck mal, dreimal Jesus. Ähm, es ist ja wieder so ein typisches Far Cry Element, was wir hier haben. Mit Sammeln, mit Einnehmen von verschiedenen Sachen, also mit verschiedenen Autonkosten. Wir haben bald noch die Leuchtfeuer hinzugefügt. Äh, ich benutze halt die Schnellreisen, ich weiß nicht, weil ich nicht weiß, weil da irgendwas von, von irgendwas abgezogen wird in die EP oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und dementsprechend mache ich das nicht so gerne. Aber ich liebe es einfach, Außenposten einzugehen. Das hatte ich, das habe ich bei Far Cry 3 gelegt. Das habe ich als erstes gespielt. Und ich habe es einfach geliebt, Außenposten einzugehen. So, hören wir jetzt erstmal hier. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles, alles cool. Alles klar. Gut, ähm... Das Zeichen können wir mal wegpacken. Machen wir das doch mal. Sehr schön, das Dorf wächst. Das ist super. So soll es sein. Jaimars Hüte verbessert. Belohnungen, jede Jägerfähigkeiten. Schleuder, Langbogen. Und 1500 XP. Vereine die Avenger. Avenger sind in ganz Oors verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke H und wieder das Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen. Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen und Handwerksrezepte freizuschauen. Alles klar. So, wir können es glaube ich nochmal verbessern. Ne, doch nicht. Seltene hier, schaut, brauchen wir zweimal. Südsteinstopp haben wir schon fast. Südsteine haben wir... Süd Ahor, okay. Gut, die Bevölkerung passt schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, gucken mal ganz kurz, dass wir hier... Achso, das ist drüben. Da. Hier war noch einer. Was geht ab? Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, da, jetzt haben sie es angezeigt, was kam. Machen wir doch auch gleich. Das ist gut. Vielen Dank.